und damit sind wir auf dem autohafen schrottplatz dieses gequirlte durcheinander gerede hier sorgt kommt gerade daher weil wir versuchen den cubic zuschauen zu lassen ob das was das weiß ich dass ich live übertragen ja und keine zuschauer ja du musst aber die immer aufschrift ab und dann kannst du ausschalten und dann laden wir mal ein aber sich geläts noch oder ich bin drin mutter hat ja ein bisschen verzögerung so eine schlechte eigentlich ich denke mal ich werde gleich das erste opfer sein weil weit und breit keiner von euch und noch sehe ich den killer nicht das ist immer ein zeichen dass er recht zu mir kommt ja sogar den super pantatophia oder so topophobie auf keine ahnung stand da gerade ach moment bei mir ist einer wir sind zu zweit leck mich er immer als hier habe ich das jetzt verkehrt weil ich die ganze zeit diese scheiße einstellung da gemacht habe ich schon lange weg gewinnt ich wollte da nicht hingehen ich sehe dich aber komm 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 noch ein bisschen yes da hinten kommt auch der killer schon ach das ist der 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 schlitzer hier der legion ich werde schon gleich ja ja ein paar meter noch noch ist er hinter ihr ja hat sie allerdings auch schon angeschlitzt aber du bist ja ganz am anderen ende der karte wo bist du da jetzt sehe ich dich ich habe doch gesagt bei mir ist keiner in der nähe bei mir war keiner in der nähe ich musste erst mal zu jemandem hinlaufen bleib stehen aber mach auch man nein nicht in unsere richtung lauf mädel aber stilte tschuldigung tschuldigung macht doch gar nichts ich dachte das war gerade im weißen bereich okay danke kille aus gehe ich mir schnell weg naja ich sehen es macht er kommt wieder zu mir weg mich er geht straight auf mich zu gut auf dich er hätte es tut der andere immer warum sind die leute mal so dumm das ja vielleicht ist auch ein totaler anfänger das kann ich auch sein aber wenn ich dahin laufe um jemanden zu retten ich meine die sehen sollten die bewegung sehen sagen dass man sei es bei mir dann gehe ich erst nicht haben ja noch keinen wuppen mehr und wollen sich töten ja der eine ist schon disconnected der voll vorsten ich glaube aber die hatten ja den einen habe ich nicht gesehen aber der eine hat auf jeden fall nichts dabei gehabt kannst du noch sehen hä wo ist der hingegangen hä jetzt weg von mir scheiße nein nein wo bist du, Junge, wo bist du? ach so, Arschloch ach so, Arschloch komm komm mit was macht der? sch hab ich ihn jetzt? wie hassne ich wollte ihn stannen ich wollte ihn stunnen mit tadi hatte ich dich wie Boah, jetzt siehst du wieder nix hier. Ja, war klar. Super, ich bin auch hier. Geil. Okay, ich glaube, der Ringer ist für den Rapper. Achso, Generator? Der hat dann den Mast angehauen eben. Achso, soll ich mich eben wählen? Ja, muss ich ja dann. Dann laufe ich mal weg. Dann hole ich eine andere Generator. Ja, Junge, ich bin doch nicht so weit. Ja, guck da. Entwunden. Ich weiß nicht, dass der andere es nicht selber geküppelt hat. Aber dann mit gleich. Ja, aber scheiße. Ey, wie beim letzten Mal. Weißt du, da mit der Spucktante. Jetzt diese Musik, die Killermusik, die macht mich so nervös. Warum auch immer. Nein, da ist keiner drin. Oder kann er sich da irgendwas holen? Äh, eigentlich nicht. Muss ich jetzt gleich weglaufen? Oder soll ich noch einen Generator machen? Also ich mach gerade einen. Der dauert immer noch. Ja, meiner ist gleich fertig. Der macht immer auf und zu. Ich glaube, der übt gerade das Schlagen. Also mal gucken, was er macht. Was hat der für einen Perk unten drin? Ja, der bleibt aber hier. Ich denke mal, dass der mich jetzt hier irgendwo aufschlitzen will. Oh, ne, der will mir den Generator zeigen, okay? Oh, ich darf sogar noch ein Totema. Das ist aber nett. Dankeschön. So einen netten Killer hab ich auch noch nicht gehabt. Zeigt mir den Weg, bitte. Danke. Guck mal, der grinst mich sogar so nett an. Aber wie gesagt, die Killermusik, die... Ja, jetzt hat er mich erledigt, der Arsch. Wahrscheinlich, damit ich ihn dann auch nochmal... Also, nach dem Motto, bevor er mich aufhängt, oder... Will er mich irgendwo hin? Weil da war direkt ein Haken dran. Oder bringt der mich jetzt zum Generator? Kann natürlich auch sein. Wo bringt der dich hier nicht? Ja, ich glaube, der bringt mich zum Generator. Warte mal, ich wiggel schon mal. Oder? Ne. Doch. Ja, 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 ich muss mich erst frei wiggeln. Entschuldige. Ja, vor allem den Pöp, das ist eh nicht laut zu wiggeln. Ja, so, toll. Das ist dann natürlich geil. Ach, du bist auch hier. Hi. Warum haut der da hinten gegen? Ja, will auch was tun. So, gleich schlitzt er uns alle auf. Er schlitzt uns gleich auf, ja, ja. Aber wir haben wenigstens ein paar Punkte. Ich wollte gerade sagen, dann hätten wir wenigstens die Punkte noch. Der sieht aber irgendwie so ein bisschen durcheinander aus, wenn er da so gegen schlickst. Also, wer auch immer der Killer jetzt gerade ist, wenn du jemals dieses Video siehst. Ich danke dir jetzt schon mal im Voraus für die Punkte. Guck mal, er dreht hier völlig ab. Ich lauf dir mal hinterher. Ja, etwa da schlitzt er uns auf. Mach den nichts auf, dann hast du mal. Mach den nichts auf, dann hast du mal. Auf jeden Fall läuft der hinter mir her, das höre ich. Oh, er ist direkt hinter mir. Er kommt zu dir. Was können wir? Ich kann mal hinten lassen. Er stellt keinen Ausgang. Er haut euch, er halt euch. Er hat auch noch ein bisschen. Er passt auf, ich heim mich. Ey, du Arsch. Jetzt will er mich aufhängen, glaube ich. Mach mal schnell den Ausgang noch. Oder will er, dass du mich jetzt nochmal abholst? Das kann natürlich auch sein, dass er dafür mehr Punkte bekommt. Das weiß ich jetzt nicht. Ich bin auf dem Ausgang. Oder er bringt mich zur Feiltür. Nee, er bringt mich zum anderen Ausgang. Hä? Ja, es geht auch gut, den aufzumachen. Okay, dann wickele ich schon mal. Ja, dann mache ich den auf. Ist gut. Brauchst du jetzt nicht rumschlagen. Ich habe jetzt nur gedacht, er hängt mich jetzt auf, deswegen wickele ich mal nicht. Ich wollte mich ja eigentlich nur halten. Muss mir aber aus dem Weg gehen hier. Ich glaube, ich hittet er jetzt auch nochmal. Nee, was stehst du denn jetzt da unten? Hä? Was passiert? Ich hole mir nur eine Kiste. Nur eine Sache. Wollte dich nochmal bedanken, ja? Wollte dich nochmal bedanken, ja? Warte, ich heile mich nochmal eben. Ich kann dich auch heilen. Ja, dann geht's schneller, komm. Nochmal anhitten, Junge. Kommst du nochmal rüber? Die Punkte gönne ich dir. Das können wir auch die ganze Zeit so machen. Ich glaube, er kommt nochmal. Oder? Nee. Er macht die Bäume da irgendwie kaputt, oder was? Dankeschön. Ah, nee, das sieht er gar nicht mehr, oder? War er das jetzt noch? Boah, ich hoffe, der geht jetzt nicht direkt raus. Boah, ich hoffe, der geht jetzt nicht direkt raus. Okay, aber beide Teams sind synchron, aber ich muss nach dem Ding. Aber das war jetzt wirklich mal, äh... Oh, er hat jetzt aber nur sehr wenig Punkte bekommen. Er sollte mich doch noch anhitten, Mann. Oh, scheiße.